Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, What of the Lamp! Ihr seht schon, Herz minus 1. Naja, die Sache ist, dass der Kerl nur Spirit Hearts hat und er kann dementsprechend auch keine roten Herzen einsammeln. Und jedes HP-Up, das wir bekommen, bringt uns nichts außer eine entsprechende Anzahl an Spirit Hearts. Das macht die Sache natürlich jetzt nicht unbedingt einfacher und man kann wirklich nur hoffen, dass wir entsprechend gute Items bekommen. Bei dir verfolgen Bomben, oder? Homing Bombs? Ja, Homing Bombs. Genau, und 5 Bomben bekommen wir dazu. Das ist, ja... Homing Bombs ist eigentlich eine ziemlich coole Angelegenheit. Also, die rennen... Oh! Langsam die Gegner hinterher. Und irgendwie scheint hier nichts los zu sein. Endlich mal ein Gegner. Ja, XXIs wird's das Last. Gegen Lust hilft nur XXX, also Pornos. Das ist ja jetzt nichts Neues. Passt natürlich jetzt gerade ziemlich gut. Oh! Pornos! Pornos! Na dann, einmal abkacken. Und dann einmal... ...Halfdown ist doch nicht euer Ernst! Haha! Ach kommt! Ich glaube, von da kommen wir gar nicht rein, selbst wenn er da wäre. Ich versuche nochmal mein Glück hier. Hm... Hm? Vielleicht hier? Dann ist mir auch egal. Auf zum Boss! Der Gemini! Ach! Den hab ich ja lange nicht gehabt. Und... Oh! Sein Kollege ist scheinbar ein bisschen krank. Hat sich wohl erkältet? Ja, die beiden sind... Naja... Ne? Der ist nicht so ultra stark. Zum Glück. Und normalerweise mach ich immer erst den großen kaputt und dann den kleinen Kerl. Das macht sich einfach am besten. Ja, hier muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass der Kleine mich nicht... ...trifft. Sehr schön. Jetzt hört er auf zu schießen und... ...verfolgt mich. Und normalerweise kann ich den in so einer Position drin halten, wenn ich gut bin. Allerdings nur hier oben am Rand. Oder hier links am Rand. Na komm schon. Ansonsten lauf ich immer in Gefahr, dass ich ihn mir irgendwo hin... Ja. Jetzt zum Beispiel. Dass ich mir irgendwo hin, äh... ...katapultiere, wo ich ihn gar nicht haben will. So, damit war's das gleich für dich, mein Freund. Na, los, los, los. Zwei Herzen, ganz klasse. Und eine Box. Und was gibt's hier? Ein Spirithout. Das ist natürlich sehr angenehm. Der Burnt Penny. Uh... Habe ich das ja gar nicht... Hab ich vercheckt. Hätte ich ja vorher aufsammeln sollen. Was gibt's hier noch? Tor of Spades? Spades? Sind die Bomben, oder? Nein, sind die Schlüssel. Natürlich. Auch falsch rum gemacht. Denn ich hätte zuerst den Schlüssel benutzen sollen. Denn wenn wir keinen Schlüssel haben, dann bekommen wir zwei. Und... Bitte eine positive Pille. Bombs-Arkis. Ja, von mir aus. Was geht denn hier so? Eine Pille? Die nehm ich doch mal mit. Balls of Steel! Oh ja! Ah... Haha. Ach so. Na ja. Das war jetzt... Höchst geschickt. Gut. Ja, mit den Burnt Penny und den Homing Bombs sind wir ja schon mal relativ gut ausgerüstet. Muss man sagen. Hier eine Blume für dich. Oh. Das ist nicht das Geschenk, was ich dir geben wollte. Ja. Immer wenn der Bildschirm mit längeren Schorts bleibt, dann habe ich schon immer... Gell? Ein kleines bisschen Sorge. Ein bisschen TNT. Kein Problem. Und hier den kleinen Gisch. Tja, die Sache mit den Sinn-Rooms. Ach. Schwierige Entscheidung. Hat sich nicht gelohnt. Oh. Der ist natürlich jetzt weg, ne? Ja. Die Haufen mache ich das immer mit kaputt, denn ab und zu kommt dann doch mal ne Münze raus. Und Münze helfen uns weiter. Nichts. Und... Ach. Komm, hör auf. Die kleinen Kerlchen schon wieder. Ja. Spinni, Spinni, Spinni. Erwischt. Und... Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, wir bekommen noch ein paar Münzen. Eventuell reicht ja schon, wenn wir uns hier ein bisschen durchbombeln. Schade, dass ich schon zu viele Bomben davon verschwendet habe. Und unten sehe ich noch einen Blue Rock. Eine Tinted Rock. Ja. Beste. Ja, ja. Ganz genau. Hier. Seht ihr was? Durchgeglitscht. Blöde Spinnen. Aber wenn ich mich gestickt anstelle, dann treffe ich die Spinne auch. Ja. Einmal. Zweimal. Sehr gut. Trick erkannt. Gefahr gebannt. Und hier jaggen wir noch schnell den Felsen in die Luft. Für ne Kiste. Aha. Oh. Bomben, Bomben, Bomben. Noch mehr Bomben. Und sieben. Genau. Sieben Münzen. Na, das ist doch mal. Das läuft ja wie im Schnürchen. Was gibt's denn hier so? Ich schau mal nach fix. Ah, ja. Bombsack hier ist natürlich doof. Ballsaufskill ist natürlich sehr gut. Und bitte lass das eine Tieresabpille sein. Nein. Nein. Eine Telepille. Den benutze ich trotzdem mal. Denn da haben wir trotzdem noch eine relativ akzeptable Chance, dass wir irgendwo hinkommen, wo es schön ist. Wie zum Beispiel in den Secret Room oder in den Teufelsraum oder... Ja, solche Sachen eben. Tja, Spinne. Wir haben vier Bomben, ja. Okay. Was gibt's hier noch? Balls of Steel. Na aber, hallo. Oh. Ein Schlagring. Tja. Meine kurze Frage an dich. Was würdest du tun, wenn du einen Schlagring findest? Also ich persönlich würde ihn benutzen, mir damit selbst in die Fresse hauen. Damit ich, ähm, Zähne schießen kann. Haha. Ich finde auch klasse, dass die Animation nicht passt. Guck mal. Mit diesem Mund über den Mund. Ach, herrlich. Haha. Oh, Mann. Ja. Dir so ein Zahn, äh, macht viermal so viel Schaden wie eine einzelne Träne. Ja. Eine Münze plus. Denn wir haben ja die Schlüssel zurückbekommen und auch die Bombe. Zack. Ja, große Spinne. Aber da hat ja der Zahn direkt getroffen gehabt. Die, die rechte Spinne hier. Das ist, ah, alles ein bisschen knapp hier. Schade. Ganz knapp. Feiner etwas geschafft. Ohne jeglichen Schaden. Aber nein. Zwei Bomben. Tja, mit dem Burnt Penny, ich kann gar nicht sagen, wie froh ich da bin. Nicht nur, dass wir jetzt genug Bomben immer haben, uns hier durch die ganzen Räume durchzusprengen. Das ist nicht euer Ernst. Dann, ähm, ist es auch ein relativ guter Angriffswappen mit unseren Homing, Homing Bombs. Neun Bomben, alter Schwede. Ja, das läuft doch gut. Das läuft doch sehr gut. So, äh, Spirit-Hard oder nicht Spirit-Hard, das ist hier die Frage. Das war, ach ja. Ja, na komm. Nehmen wir es eben mit. Und ich schaue nochmal hier ganz runter und lege da mal eine Bombe hin. Und ich kann hinterhoffen, dass der der Super Secret Room ist. Schade. Aber na gut, man kann ja nicht alles haben. Blighted Ovum. Genau. Das ist genau das Serie wie der Gemini. Nur, dass dieses komische weiße Viecher, äh, nicht an den Typen da gebunden ist. Und dass der Typ blutige Spuren hinterlässt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das geht aber noch, wenn der Radius hier groß genug ist, den wir wählen. Tja, aua, aua, aua. Tja, da hat man gesehen gehabt, wie viel der, äh, der Zahnien abgezogen hat. Und wir bekommen ein Pentagram. Schöne Hörner und Damage. Aber ich glaub, es sind ja gar genau, es sind zwei. Zwei Schaden. Im Teufelsraum kostet alles nur noch, äh, ähm, Dingensbums. Weißt schon. Spirit Hearts. Und jetzt ist natürlich die große Frage. Brimstone oder nicht Brimstone? Oh, da muss ich mal einen ganz kleinen Augenblick überlegen, ob sich das lohnt. Brimstone, nicht Brimstone. Hm, ja. Die guten... Oh, guck mal. Ha, das haben wir zweimal Hörner. Die passen ziemlich gut zueinander, oder? Ich mein, dieses kaputte Auge und das Gesicht vielleicht nicht so. Vor allem weiß auch immer, dieser Overlay ist echt total... ...dumm gemacht. Ja, Brimstone... ...hab ich dann doch genommen, aus dem Grund, weil wir damit relativ stark sind. Und, ähm... Ich vermute, durch diese Stärke... ... ähm... ...holen wir die... ...drei Spirit Hearts schneller wieder rein, als man denken könnte. Ja, und mit dem Pentagramm... Wie gesagt, haben wir noch mal ein bisschen Schadensupgrade bekommen. Das macht sich selbst beim Brimstone noch bemerkbar. Ach, guck mal ein... ...eine, zwei... ... und Schlüssel... ...oh... ...puff... ...ja, da komm... ...ja, schön vorsichtig. Wir haben zwar... ... genug Bomben und bekommen auch mal wieder welche, aber ich will jetzt dann trotzdem nicht eingehen, das Risiko. Der hast du dann zum Schluss... Ach, Temmys Head. Schade, das ist so ein schönes Item sein können. Selbst der Wut und Spoon wäre besser gewesen. Obwohl, ich bin ja auch doof, ich kann ja wenigstens mitnehmen. Besser als immer so, die Hosen zu machen. Und was gibt's hier? Auuu... ...hohohoho... ...der D20! Hallo! Besser als Temmys Head. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das klappt mit dem... ...mit dem Würfel. Ah, Vorsicht! Hier explodiert's. Pam! Bomben, Bomben, Bomben. Ja, ich hab da schon drauf gewartet. Volltreffer. Und einen Schlüssel, sehr schön. Wenn man keinen Schlüssel hat, sind's natürlich... ähm... ...ist man natürlich froh, wenn man welche bekommt. Tja, die Arena da unten öffnet sich, wenn wir mindestens so viel Leben haben, wie wir rote Herzcontainer haben. Bei nur Spirit Hearts ist das nicht gerade schwierig. Ohhhh... ...hohohohoho... ...Skeletten-Key. Also, was wir überhaupt nicht an Item bekommen, ist natürlich ganz formidabel. Bei dem Skeletten-Key bekommen wir 99 Schlüssel. Jetzt ist die Frage. 99 Schlüssel oder 99 Bomben? 99 Schlüssel oder 99 Bomben? 99 Schlüssel oder 99 Bomben? Und tausche die dann mal Bomben. Damit können wir ja mehr anfangen als mit Schlüsseln. So, auf Dauer meine ich. Zumal wir immer noch die Homing Bombs haben. Die dürften sich so als Angriffswaffe bestimmt auch auf Dauer gut machen. Ach, ihr schon wieder. Schön ausweichen überall. Und dann einmal ablasern. Naja. Die sammle ich mal nicht ein. Ah, ich will doch auch mal belegen. Ich bin ihm noch unflüssig. Das kann ich einsammeln, ja. Was geht denn hier? Eine Batterie. Hm. Schön, schön, schön. Tja. Ja, doch, mache ich so. Ich nehme hier mal ein, zwei Sachen mit und dann gehe ich halt wieder zurück. Und, ähm, wandle Schlüssel und Bomben ineinander um. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Tja, da sind wir oben schon wieder. Oh, ein Spirit Heart. Also, ein Spirit Heart haben wir jetzt gerade ziemlich gut, ne. Und das Opfer ist natürlich gleich wieder für... Water of Steel. Hat sich gelohnt. Kennen wir nicht. Helf ab. Bring doch mal ein Spirit Heart. Lohnt sich auch. Und, äh, da links gehen wir natürlich nicht rein. Da unten. Na gut. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Entschuldigung. Also, wir gehen zurück zur Arena. Und dort, ähm... Ja, genau. Zuerst umwandeln, dann aufsammeln. Gut. Also, zuerst umwandeln. Zwölf Schlüssel. Zack. Dann zurück gehen. Und dann dort die Bombe benutzen. So haben wir maximale Anzahl an Schlüsseln. So, die wir hätten rausholen können. Aber wie gesagt, zwölf Schlüssel ist es eigentlich. Sollte reichen. Wir bekommen eh noch den einen oder anderen. Und die vielen Bomben werden uns natürlich im Kampf helfen. Palum, 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 palum. Tja, das konnte ich jetzt natürlich nicht ahnen, ne? Dass da... Also, na doch hätte ich ja nicht wissen sollen. Das war ein bisschen... Da ist ja häufig Geld drin. Und... Naja... Ach, apropos. Fünfzehn. Genau. Fünfzehn. Hahaha. Wie das läuft, ist ja wirklich der Wahnsinn. Neun Volt. Okay, ähm... Muss ich mal ein bisschen drauf konzentrieren, dass wir auch noch die Würfel haben? Das mache ich gleich. Irgendwie kämpfen. Nein, nicht gegen Chad. Och maaaannn. Äh... Warum ich mich darüber so abfacke, ist ganz einfach. Ach, ich kann mal wieder eine Bombe... Aua! Eine Bombe nutzen? War schon zu weit weg. Ja. Habt ihr vielleicht ein bisschen gesehen? Dass die sich hier an die... Anschmiegt. Weil der Penner uns nur den Little Chat gibt und der... Gibt uns nur Herzen. Und Herzen bringen uns nicht viel. Ich benutze mal den Würfel. Und wir bekommen... Diese schöne Item. Tja. Der D20 wandelt Pickups um. So wie der normale Würfel vom Isaac, der sechseckige... Ähm... Items umwandelt. Und dank der Batterie fühlt er sich automatisch wieder auf zwei Punkte auf, wenn wir ihn benutzen. So... Wir träumen. Tja... Wahrscheinlich die Geschichte, wie wir zu diesen... Äh... Untoten der Tierchen geworden sind. Ach... Ich bitte euch. So ein bisschen Fliegen gedöns. Kein Stress. Was gibt's denn? Eine Bombe? Und hier? Telepathie von Dummies. Na super. Damit bekommen wir... Zielsuchende Geschoss, die uns natürlich überhaupt nichts bringen. Und auch der Zahnenschutz bringt uns natürlich jetzt nicht mehr viel, ne? Jetzt wo wir keine Zähne mehr schießen. Schade eigentlich drum. Aber ich denke, trotzdem in der Wimson ist eine gute Alternative. Zumal auch dieses über Berge schießen können... Oh... sich durchaus... äh... bezahlt macht normalerweise. Zack. Ne, ihr seht's ja selbst. Und ihr wisst es ja auch schon, denn... hier ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir hier den Brimstone haben. So... Die Bombe will ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Na gut. Charger heißen die. Die kleinen Maden hier. Zack. Und wir verwandeln mal diese ganzen Herzen hier in... Schlüssel. Ne, ne, ne. Ich habe natürlich auch eine Chance, dass es eine Bombe... äh, dass es eine Pille wird zum Beispiel. Macht auch riesen Spaß in der Arcade-Station. Ja, zuerst die Fliege. Gut. Ein weiterer Schlüssel, nur entwegen. Was geht denn hier? Schon wieder ein Item. Roid Rage mit Speed und Range Up. Na gut, Rage... Ja, naja. Range macht uns ja jetzt nicht so viel. Aber immerhin Speed Up ist doch, ne... Das wir überhaupt schon wieder ein Item hier in der Arena bekommen, ist ja auch ungewöhnlich. Gibt's nochmal also nur in den Boss-Arenen... Oder besser gesagt, in den Boss-Arenen ist üblich auf welche anzutreffen. Das sind die mit dem roten Schwert, wo man nur rein darf, wenn man, ähm... Ein Leben oder weniger hat. Aber da dürfen wir auch rein mit unseren ganzen Spirit Hearts. Chicken! Tja, auch hier könnte man die Items umwandeln. Eventuell mach ich das sogar mal. Zack. Zack. So. Die Münze nehm ich mal mit. Und hier unten schauen wir mal, was rauskommt. Ja. Das sieht doch nach einer guten Ausbeute aus, oder? Was macht die Karte? Two of Diamonds verdoppelt unsere Münzen. Das ist ja angenehm. Na gut, Range Up ist natürlich jetzt nicht so toll. Allerdings, ähm... Können wir so beim End-Boss oder bei einem der Bosse nicht dieses Item bekommen. Und, äh, Spirit Heart muss ich glaube ich nicht viel dazu sagen. Tja, da hat sich das schon mal gelohnt hier mit dem Würfel, hm? Ja, da freut ihr euch auch gleich, hm? So. Ach, der Händler. Ne? Ne Karte. Naja, so ne Mappe hilft uns halt nicht viel. Finde ich auch generell eigentlich nicht so ultra nützlich, außer dass wir glaube ich die, äh, Secret Rooms dann sehen. Aber mit den vielen, vielen Bomben, die wir so haben und auch weiterhin produzieren, können wir da, ähm, relativ viel rumprobieren. Von daher. So, naja, gut. Ähm, naja, Münze. Den Schlüssel nehme ich trotzdem mal mit. Und die Münze da unten lohnt sich wahrscheinlich auch mitzunehmen. Ja. Ich schaue nochmal, hier unten gab es zwei Herzen, ne? Genau. Zwei rote Herzen. Ach ja, das ist ja auch schon. Ach ja, das ist ja auch schon. Ja, hier oben haben wir noch die, äh, die Pille. In die wir ja nicht so richtig rankommen. Ach, Topferraum, das war's. Hm. Secret Rooms? Mit Münzen und zwar sechs Stück in der Zahl. Hm? Ich denke, ich denke. Na gut, ich strebe mich mal fix noch, äh, zum Boss. Warum ich die Bombe nicht mitgenommen habe, naja, ihr wisst es wahrscheinlich schon. Und wenn nicht, dann erfahrt ihr es beim nächsten Mal. Ja, das war's, äh, mit dieser Folge The Binding of Isaac. Bis zum nächsten Mal. Tschau! Tschau!